Ja, da guckste, Lee. Ich guck auch. Wo ist Clementine? Ich weiß es nicht. Du hast hier den Garten schon durchsucht, ne? Oh. Ist die doch da drin. Wie ist sie da reingekommen? Lieutenant Santino, wie sind sie denn hier reingekommen? Hä? Hä? Oui! Boah, Gott sei Dank. Ein A-Team-Van. Maschinengewehren im Boot. Boah. Halleluja. Da passen aber nicht alle rein. Tja. Klasse Außenbeute. Holy shit. Holy shit. Swear. Das taugt ihm. Bestimmt macht das jetzt kaputt im Suf. Oh, Mann. Jetzt muss ja was Furchtbares passieren, um das wieder aufzuwiegen. Und dann sehen wir das. Jetzt muss ja was Furchtbares passieren. Ja, wir sehen uns auch. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Aber ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin kein Antibiotik, ich... Will, du wirst auf die Pferde. Du machst alle nervös. Warum bist du hier sogar? Hey, wenn dein Freund wirklich das Boot funktioniert, du wirst mich mit dir als Payment für schützen. Ich denke, das ist fair genug, nicht wahr? Will? Will du die gute Nachrichten oder die schlechte Nachrichten? Huh? Die schlechte Nachrichten. Lass uns die schlechte Nachrichten aus. Die schlechte Nachrichten ist, sie hat uns nicht in die Form, die sie jetzt in. Gas Tank ist leer und die Batterie ist tot. So, was die gute Nachrichten? Das ist alles, was sie braucht. Gas und eine Batterie. Außer das, sie ist gut zu gehen. Wie müssen wir diese Sachen bekommen? Wir müssen zurück auf die Straße schauen, was wir finden. Das wird nicht funktionieren. Crawfurt hat alles in die Pferde gebracht. Sie haben alle Gas Tank, sie haben alle Batterie geöffnet, sie haben alle Batterie geöffnet. Es gibt nichts mehr da draußen. Du hast das für dich selbst gesehen. Sie ist richtig. Was ist das für Crawford? Was ist das für das Crawford? Es ist so, wie sie haben alles, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir da versuchen. Was ist das für die Tiere? Jetzt, warte mal. Wir müssen versuchen. Wenn es Menschen in dieser Stadt gibt, die noch жив sind, die noch haben, was sie tun können? Werden Sie mir, Sie wissen nicht, diese Leute. Ich weiß. Sie sind mit einem Wounden, Sie haben einen Wounden. Man kann es auf eine Nose rein. Sie haben keine Kinder, mit einem Arm, die auch nicht. Was ist das für einen Ort, wir sprechen hier? Das Schlimmste. Aber ich weiß nicht, was we have and just how exactly do you figure we do this because from what I've heard that place ain't exactly friendly to outsiders that's putting it mildly there's got to be some way we can sneak in there undetected there might actually be a way I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand y'all wouldn't happen to have a map by any chance yeah actually I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep the supplies we come up right underneath them take them by surprise grab what we need and get out before they even knew what hit them that's actually not the worst idea I've ever heard I mean it's close but I don't know maybe it could work I've thought about it before just never had the people to do it but I think if we all work together we could pull it off and what do you want in return for all this help you're giving us Crawford doesn't just have what you need for your boat they're also well stocked with medical supplies medicine that my people could use just as yours could we can do this we have to so it's decided then we're going to Crawford anyone else have a problem with this plan because we're gonna need every one of us to pull this off man I don't know about you kid but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die that boat out there is an answered prayer just gotta push a little bit farther are you in or out we should go tonight and the cover of dark I'll go let my people know if you all the chance to prepare I'll be back before midnight be careful that's how I'm still alive I don't want anyone else to die I can't lie to you claim I just don't know I don't want anyone else to die I can't lie to you claim I just don't know neither do I claim sometimes we have to take that kind of risk I guess I should go get ready oh say what now you said you'd need all of us to do this and you said I'm a big help remember Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people that means it must be where my mom and dad are right where I'm going it's just too dangerous for children especially you said I'm supposed to always stay close to you can't I come with you okay you can come but you have to promise to stay quiet and do exactly what you told the whole time we're there okay I'm gonna go get ready da müssen wir sie zumindest nicht in der Obhut von diesem versager lassen ja knalltüten Ben aus 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 Schau mal, was ich gefunden habe in der Garage. Hachet, Hacksaw, ein paar andere Geräte. Kann ich dir in diesem kleinen Break-In kommen. Schön. Kann ich mit dir sprechen? Was ist das? Ich habe einen anderen Blick auf die Bote. Sie ist eine 30-Footer. Also? Also, wir werden ein Problem der Kapazität haben. Bote dieser Größe nicht mehr als fünf Leute, selbst mit einem einem ein Kind. Ich, du, Clem, Krista, Omi, Ben, Molly? Assumierst, dass alle wieder zurückgekommen sind, das ist noch eine zu viele. Selbst wenn wir Molly entfernen. Before das Ende ist, wir müssen eine Entscheidung machen. Du bist nicht ernst. Ich sage nur, wenn wir die beste Chance haben... Ja, bringen wir noch ein paar Leute mit. Wer ist das? Das ist Brie. Sie können uns helfen. Wir helfen uns, wie? Ich war ein Studenten in der Schule, wo Crawford die Schwerke gehalten hat. Ich weiß die Ausstellung. Mit ihrer Hilfe, wir gehen und gehen schneller. Wer hat einen Problem mit dem? Ich glaube nicht. Dann, was wir warten? Wir gehen. Wir gehen. Hold up, just a sec. You ready? Ready. Whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... This isn't up for debate, Vernon. Decision's made. For what it's worth, I don't think it's a great idea either. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Yay. Also wenn nur einer zurückbleiben muss, ich wüsste jetzt schon, wen ich jetzt zurücklassen würde. Dieses nervige Kind. Nee, Quatsch. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need. And we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? Moly sieht ein bisschen aus wie aus irgendeinem Ubisoft-Spiel. Ich komm auch nicht drauf, welches es heißt. Ja, ungefähr alle. Can't get a good look above with the cover on. Ja. Oder recht. Guck, guck. Let's go. Ist das jetzt schon Crawford? Ja. Ist das ein Campus, oder was? Könnt sein. Was ist jetzt so auf dem Turm ein bestimmter Sniper? You should be guards, patrolling. What? Are you disappointed? It's just strange is all. I think I see one. Over there by the door. Okay. It's a hype stalker. Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Er will ja den jetzt axten, oder was? Nee, sich hinter ihm hinhocken. What the fuck? Ah! Wie hat'n der sich so normal bewegt? Oder hat der sich gar nicht bewegt? Lief doch auch nur ein paar Schritte da rum. Scheiße. Alle tot, oh Gott. Das ist schade, ich hätte gerne diese Gesellschaft mal gesehen. Na, mit ein bisschen Glück werden sie sie noch kennen. Da ist übrigens vorher gesagt, das ist wie ein Woodbury, das stimmt gar nicht. Das kann man wunderbar nachlesen in den Romanen. Rise of the Governor und Road to Woodbury. Den ersten hab ich im Urlaub gelesen, super cooles Buch. Fuck, fuck! Do you think they saw us? Your guess is as good as mine. Hm, das war's. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. Oh man, we are so screwed. No, this is good. Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No, you want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Also der wird echt zunehmend nervig. Gibt's einen Grund, ihn nicht zurückzulassen? Nee. I got a bad feeling about this. Oh, er hat gehört, was wir gesagt haben. Weil er Star Wars Zitate kennt. Oder Harrison Ford Zitate. Nein, nicht wo du schwarz ist. Es ist immer Dad in Zeit. Ben, seit er dabei ist, hat er irgendwann mal was Nützliches gemacht oder irgendwann mal was richtig gemacht? Eigentlich nicht. Er hat sich zumindest nicht aktiv gegen uns gestellt. Everybody in. Aber alles, was er hätte machen sollen, hat er verbockt. Mhm. Und die Medizin vercheckt. Oder verschenkt an die Banditen. Ja, stimmt. Ich bin eine ganz schön große Truppe. Die muss doch jetzt mal verkleinert werden. Ja. Was hat die denn jetzt gerade aus? Ah. Die Waffenkammer. Figures. Da, du? Ja. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Where would be the best place to look for medicine? Oh, du bist so selbstlos. Right here. Nurse Station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? Oh. Die ist doch da bei dem bestimmt rausgeflogen. Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. So then we just need a battery. There's Sato Shop. It's right next door. Yep, it's called Hermann's. You can't miss it. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here. See if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. What about me? What can I do? I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge, okay? Nein, nein, nicht. Nein. You're leaving me with Ben? Ja, nein. I'm leaving him with you. Understand? Oh, okay. Back before you know it. Ich glaube, wir nehmen Lee da beim Board. Wir sind auch wieder da, bevor ihr merkt, dass wir weg waren. In der nächsten Folge von Let's Play The Walking Dead. Ciao. Servus. Ich glaube, wir sind in den nächsten Mal. Ich glaube, wir sehen uns. Ich glaube, wir sind in den nächsten Mal.